Einen schönen guten Tag. Wussten Sie eigentlich, dass Freitag der 13. genauso häufig vorkommt wie Donnerstag der 13.? Daraus folgt, dass Donnerstag der 14. so häufig vorkommt wie Freitag der 14., was nichts zur Sache tut, außer dass am Donnerstag, dem 14., Ensemble Modern und Medico International einen ganz besonderen Abend gestalten werden über Musik und Gesundheit, Leben und Überleben in Zeiten des Coronavirus. Und all das umsonst. Nicht ganz. Sie müssen ein wenig Strom zahlen. Und Sie dürfen spenden. Schalten Sie ein. Unten ist die Adresse. Mein Name ist Elia Trojanow und ich werde den Abend moderieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017